Also wir sind extra aus Stuttgart gekommen. Ich bin besonders eigentlich eher in Sachen Geldpolitik interessiert. Ich sammle Münze. Wir sind insbesondere interessiert an die Vorträge zum Thema Dual Studium und die Verteilung vom Vermögen in Deutschland. Informationen über Falschgeld. Wir hoffen, dass wir vielleicht Gold sehen. Die virtuelle Tour des Goldraums. Dann möchte ich gerne mal in die oberen Etagen. Wir waren im Wellebad und haben versucht für den Opa einen Hut zu holen. Und ich habe eine Murmelbahn gesehen. Man konnte sich sowohl weiterbilden, als auch die Kinder irgendwie mit bespaßen. Und dann auch an den Ständen ist man gut informiert worden, wenn man etwas gefragt hat. Besonders gefallen hat mir die Clubband. 200. 200. War wirklich toll, soll ich sagen. 2. 1. 1. 2.